Hi, Fabian Online mein Name. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, wie du deinen eigenen Ranking-Tracker komplett kostenlos bauen kannst mittels Google Search-Konsole und Google Data Studio. Viel Spaß damit. Ja, wieso überhaupt einen eigenen Ranking-Tracker bauen? Ganz, ganz klar, ganz einfach. Es gibt natürlich tolle Tools da draußen, SEMrush, Ahrefs, wie sie alle heißen. Das Problem ist da, allerdings, die zeigen immer eine gesamte Sichtbarkeit an, also versuchen zu analysieren, zu schauen, hey, wo bekommt denn die Webseite insgesamt überall Traffic her? Wenn jetzt allerdings du mit deiner Webseite zu Begriffen rankst, die zwar vielleicht ein bisschen Traffic bringen, aber überhaupt gar keine Conversion oder gar keine Leads abschließen, was willst du dann damit? Das ist zwar nice to have, aber in Wirklichkeit bringt dir das relativ wenig. Und besonders hier für uns SEOs ist es oft so, wenn wir Kundenprojekte betreuen, aber auch eigene Projekte, dann können die ganzen Keywords, die von den ganzen Tools ausgespielt werden, hey, da hast du eine tolle Position, können das schon sehr, sehr verwirren. In der Regel hat man immer für jedes Projekt, für jede Webseite ein eigenes Keyword-Set, auf das man wirklich knüppelhart optimieren will und irgendwelche Nebenkeywords, die zwar ein bisschen Traffic bringen, aber keine Leads bringen oder nicht das erfüllen, was die Webseite eigentlich für Ziele hat, dann bringt mir dieser Traffic nichts. Und deswegen ist es immer sinnvoll, das Keyword-Set an sich zu tracken, damit man ein sauberes Tracking hat. Und natürlich gibt es da verschiedene Anbieter, also Systrix hat sowas, Assert-Botcher gibt es da draußen, da gibt es ganz, ganz viele Ranking-Tracking-Tools. Die sind allerdings alle ein bisschen mit Geld verbunden. Es gibt die Alternative, die zeige ich jetzt hier, eine komplett kostenlose Möglichkeit von Google selbst. Und ja, das möchte ich dir nicht vornhalten, deswegen höre ich jetzt auf zu labern und wir steigen direkt ins Detail ein. Und zwar habe ich mich hier schon bei Google Data Studio angemeldet, komplett kostenlos. Dieses Projekt, was wir gleich mal als Beispiel hier nehmen, fabienauler.de, habe ich hier auch in die Google Search-Konsole schon eingetragen. Wähle jetzt hier die Search-Konsole aus und zwar ist es hier, ganz wichtig, die Website-Impression, weil wir da die Position auch ziehen können und klicken auf Hinzufügen. Zum Bericht hinzufügen und dann haben wir uns schon die wichtigste Datenquelle gezogen. Mehr Datenquellen brauchen wir dazu auch erstmal nicht. Die Search-Konsole ist hier drin, allerdings wird jetzt hier als Dimension die Google-Property gezogen. Das ist natürlich nicht richtig. Wir wollen natürlich die Queries haben, sprich Queries, wie kann man es übersetzen? Ja, Keywords, wir sagen einfach mal Keywords dazu. Keywords, so genau. Die Keywords werden jetzt hier gezogen, allerdings automatisch. Also hier ist wieder das Problem, hey, die Google Search-Konsole zeigt mir zu allen Keywords, zu denen ich Klicks bekomme, werden mir jetzt hier angezeigt. Und vielleicht sind auch einfach Keywords dabei, die mich nicht interessieren, wo ich keine Conversion erwarte oder auch keine Conversion erhalte. Was will ich das? Ich will mein Keyword-Set haben, das will ich genau definieren. Und das kann man wunderbar mit der Google Data Studio hier machen. Genau, Messwert ist Klicks, das ist auch erstmal nicht richtig. Ich will natürlich die durchschnittliche Position, also Average Position, will ich erstmal haben. Das sieht ihr jetzt hier. Und ich kann schon mal hier runtergehen und sagen, hey, aufsteigend, also sprich die Erstposition, die will ich mir anzeigen lassen. Und genau, sekundäre Sortierung kann man erstmal so lassen. Da natürlich ganz wichtig, Benutzer definiert. Das ist hier standardmäßig, die letzten 28 Tage. Das kann man so erstmal lassen, das werden wir später nochmal ändern, weil kann man noch ein bisschen mehr bosseln, sage ich mal. Dann kann man noch ein bisschen mehr basteln hier und das zeige ich aber gleich auch im Detail. Was sehr, sehr wichtig ist, natürlich den Filter hinzuzufügen, weil wir natürlich nur die Keywords abfragen, die wir haben wollen. Ich schreibe jetzt auch hier Keyword-Set mal hinzu. Der Name ist eigentlich auch egal, das kann man lassen. Wir sagen jetzt hier einschließend Query und sagen, hey, enthält. Und that's it schon. Also jetzt können wir mit dem Befehl einfach hier ganz viele Keywords reinsetzen. Wo wir die Rankings und die Klicks und die Impressionen und whatever einfach sehen wollen auf einen Blick. Also sprich, unser Keyword-Set können wir hier eintragen. Und genau, ich gebe jetzt hier mal ein paar Keywords ein. Fabian Auder. Immer abschließend mit den Dollarzeichen und dann mit dem vertikalen Strich. Wir nehmen noch einen Begriff, Online-Tools, dann Dollarzeichen und lasst uns noch einen Begriff. Alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Ich gebe jetzt mal nur Fabian ein. Mal gucken, ob wir dazu Rankings haben. Und jetzt hier das Dollarzeichen. Und dann klicken wir schon auf Speichern. Mal gucken, was kommt. Und, okay. Es werden zwei Keywords angezeigt. Ich habe allerdings drei Keywords angelegt. Warum ist das so? Ganz klar, wir haben zu dieser Domain fabianauler.de keine Rankings zum Begriff Fabian. Ist ja natürlich klar, viel zu generisch. Allerdings werden diese beiden Begriffe angezeigt. Da haben wir auch Positionen. Von den letzten 28 Tagen haben wir da eine Durchschnittsposition von Fabian Auder von 1,84. Online-Tools von 2,29. Warum sind das jetzt so ungerade Zahlen mit Dezimalstellen? Ganz klar, weil es die letzten 28 Tage sind. Und weil natürlich die Rankings auch immer etwas variieren, etwas springen, war ich mit Fabian Auder wahrscheinlich mal auf Platz 2, mal auf Platz 3, dann wieder auf Platz 1. Und deswegen zieht er sich den Durchschnitt von den letzten 28 Tagen. Das ist natürlich ganz klar. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich sehe hier einfach, wie habe ich die letzten 28 Tage performt. Und ihr kann da wunderbar auch sehen, ob ich denn überhaupt Traffic bekommen habe. Und zwar kann man einfach noch weitere Filter hinzufügen. Also hier auf Messwerte gehen und dann sage ich, hey, habe ich den Klicks bekommen die letzten 28 Tage? Und wie viele? Also Fabian Auder hat 16 Klicks die letzten Tage über die Google organische Suche bekommen. Jetzt will ich auch wissen, hey, wie oft wurde das denn überhaupt gesucht? Also wie oft sind da die Impressionen? Also 45 Mal wurde Fabian Auder daran gesucht und 16 Leute haben meine Domain da angeklickt. Und das kann man wunderbar durchziehen mit ganz, ganz vielen Keywords. Also sprich, wenn du Keywords hast, hast mit 200, 300 Keywords ist ein bisschen Arbeit, kann man sich auch ein bisschen sparen. Die Arbeit, sage ich mal, mit dem Filter, dass man, jetzt bin ich falsch draufgelegt, ja, auf den Bleistift immer klicken, dass zum Beispiel eine Excel-Tabelle sagt, hey, ich mache eine Reiter, ich mache eine Stelle. Nur mit diesen Zeichen, mit meinem ganzen Keyword-Set, verbinde die dann mit den Dollarzeichen und abschließend immer nur mit Dollarzeichen, nicht mit dem Trennbalken, ganz wichtig. Und da kann ich wunderbar mit der Excel-Tabelle das automatisieren, kann ich gerne auch mal in einem anderen Video zeigen. Denke ich, man kennen 99% der Leute da draußen, ist sehr, sehr easy. Wenn man mal mehrere Keywords hat, so 300, 400 oder noch mehr, dass man nicht immer alle händig so eintragen muss, kann ein bisschen Arbeit sein. Aber wenn das erstmal steht, man kann es automatisieren, wie gesagt, ja, dann hat man ein eigenes Keyword-Set, das wird nicht verwässert mit irgendwelchen anderen Keywords, die man überhaupt gar nicht optimiert. Nein, man hat ein festes Keyword-Set und sieht dann einfach, hey, wie sind denn die Rankings dazu. Wenn man einen zeitlichen Verlauf haben will, was auch sehr, sehr gut ist, besonders wenn man Kunden betreut, wenn man eine eigene Webseite hat, die man stetig optimiert, wo man einfach sehen will, hey, macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Bringt das Sinn, mich nach vorne? Dann empfehlen wir immer hier, so eine kleine Tabelle zu bauen, beziehungsweise hier eine Zeitachsendiagramm aus der Tabelle zu machen. Also ich bin rechte Maustaste, duplizieren gegangen, dann hier oben auf Tabelle und dann wähle ich hier ein Zeitachsendiagramm. Und das wird das bisschen, ne, das sieht sogar sehr, sehr gut aus, sieht sehr, sehr gut aus. Ich gehe jetzt mal, das sind die letzten 28 Tage, bringt mir natürlich nicht, wenn ich seit einem Jahr an der Webseite dran bin. Wenn ich natürlich wissen, wie der zeitliche Verlauf ist, haben sich denn die Rankings oder die Impressionen, die Klicks, haben sich gebessert. Deswegen sage ich jetzt hier, gehe auf Benutzerdefiniert, klicke hier drauf, gehe auf, scroll ganz nach unten, klicke auf Erweitert und sage jetzt mal minus 365 Tage. Also sprich, wie die letzten, den Verlauf der letzten 365 Tage in einem Zeitachsendiagramm mir angezeigt bekommen. Genau, klick die Position mal weg, weil das sehr, sehr verwirrend ist und muss die Zahl natürlich ein bisschen bereinigen. Das kommt immer drauf an, wie viele Keywords man hier hat. Je mehr Daten, je mehr Messwerte gezogen wird, desto mehr Graphen links, rechts, oben, wird ein bisschen verwirrend. Und wenn es zu verwirrend ist, dann konzentriere dich wirklich auf die Klicks, weil das ist das Interessanteste. Wie viele Klicks hast du denn bekommen zu deinem Keyword-Set über das Jahr gesehen? Und hier sieht man halt wunderbar einfach, dass die Impressionen gestiegen sind, die Klicks sind gestiegen. Es ist nicht viel, wie gesagt, fabienaula.de ist jetzt keine Domain, die wir aktiv optimieren, die ich aktiv optimiere. Das ist unsere Kultur-Webseite, fabientool.de. Das ist natürlich optimiert. Aber wie gesagt, das soll jetzt nur ein Beispiel sein. Aber hier sieht man auch bei Fabien Aula, dass hier einfach immer mehr Leute scheinbar nach meinem Namen suchen, aus welchem Grund auch immer Hilfe. Genau, 2020 noch so gut wie keine Impressionen, keine Klicks. Ab und zu mal ein paar Ausreißen, mal so ein, zwei Klicks im 19.03. hier im März. Ansonsten gar nichts und so langsam ist das ja in den letzten Monaten immer mehr gestiegen. Die Impressionen sind gestiegen, auch die Klicks sind gestiegen. Und wenn so dein Keyword-Set dann zeitlicher Verlauf aussieht, ja, dann machst du was richtig definitiv. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Du kannst natürlich jetzt hier hingehen und alles ein bisschen schöner machen. Und das Stil hier, ich denke mal, das wissen auch die meisten. Mich würde das mal interessieren, ob du da Interesse hast an so Google Data Studio Tutorials. Ob du damit arbeitest, ob du das kennst, ob du das täglich im Einsatz hast. Ja, lass mir da gerne mal einen Kommentar da. Und ja, würde mich freuen, wenn du bis zum nächsten Mal wieder dabei bist. Und ja, würde sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.